Ho! Ähm. Wir müssen tatsächlich in diesen Brunnen springen. Alter, das war doch gerade nur ein Witz. Okay. Ähm. Ich werde mir mal... Ich weiß nicht, ob das unter Wasser funktioniert. Ich glaube, ich kann es auch gar nicht benutzen. Schade. Blub, 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 blub. Ich hähle jetzt einfach mal, auch wenn wir unter Wasser sind. Ich könnte mir die Unterwasseratmung hier ganz gut gebrauchen. Ich will nochmal kurz zurück. Ich habe jetzt nicht probiert, ob man die Tür aufkriegt. Okay, die kriegt man nicht auf. Und hier in die Richtung geht es nicht, ne? Okay. Wir müssen da also durch dieses Loch. Schade, dass man nicht sieht, wie viel Sauerstoff man noch hat. So, und wir abtauchen. Oh, oh. Ne Truhe. Ja, natürlich. Jetzt nochmal eben schnell ne Kiste knacken. Aus Dauer ranzig. Eisenharnisch. Lebensflusstrank. Holle der Unterwasseratmung. Das sollte ich jetzt wirklich benutzen. Oh, oh. Ähm. Wo geht's denn hier raus? Jetzt habe ich ein echtes Problem. Boah, ey. Alter. Das war jetzt echt knapp. Ich war da unten auch, glaube ich, überall, aber... Ich würde ja gerne unter Wasser atmen. Weil ich mich da unten noch ein bisschen umgucken möchte. Mal gucken. Ob es hier irgendwo was gibt. Da ist Muschelfleisch. Da war die Truhe. Also ich glaube, hier unten ist tatsächlich nichts mehr. Schade. Jetzt haben wir es umsonst verbraten. Aber es hätte ja sein können, dass hier noch was ist. So, die sind jetzt gleich wieder weg. So, ich werde jetzt mal was essen. Wie so ein Krustenbrot beispielsweise. Und ich werde auch den Zauber wieder weglegen. Mystisches Schwert beschwören. Das muss ich echt dann mal ausprobieren. Ich muss hier nur irgendwie rauskommen. Wir warten jetzt aber erst mal ab, bis wir komplett geheilt sind. Ach, du Heiliger. Das sind ja genug. Ich glaube, ich sollte die Blitze nehmen. Weil da sind nämlich genug Skelette. Das sind ja vier Stück. Da hinten ist noch eins, was sich ein bisschen versteckt. Wo bin ich hier jetzt? Ich bin ja jetzt ziemlich tief runtergefallen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich hier wieder rauskommen soll. Aber hey. Es gibt bestimmt einen Trick. Der ist tot. So, Langbogen. Die warten so ein bisschen. Von mir aus können sie warten. Huch. So wollte ich jetzt eigentlich nicht schlagen. Aber dann werde ich jetzt in den Ring gehen. Mit Streitkolben, wo du merkt. Schade. Schade. Bämst. Der ist schön zerfallen. Und es hat auch schön geplatscht. Guten Tag, der Herr. Sie wünschen. So, nächster Tod. Boah, was ist das da hinten? Das ist ja schon wieder so ein Rad. Ich finde das sowas von schön. Das könnte sein, dass ich dahinter war. Dass das die Tür ist, die verschüttet war. Und dass hier so allmählich das Wasser reinläuft. Oder auch wieder abfließt. Naja. Hier sind ein paar Eisenpfeile. Nehmen wir das Knochenmehl auch mit. Zerstörte Bücher liegen hier hauptsächlich rum. Wow. Was ist das? Hat sich da einen Stasis eingefroren? Ein wenig Angst. Boah, das plätschert hier. Da geht's weiter. Ein wenig Angst. Macht mir das hier schon. Benötigt einen Schlüssel zu Scheras Truhe. Oh je, da muss ich also erstmal den Schlüssel finden. Feuerblitz? Schlachtaxt beschwört. Boah, was gibt's denn hier alles für Zaubersprüche? Jetzt hab ich noch den Feuerblitz gefunden. Und den muss ich auch ausprobieren. Feuerblitz. Das ist einfach nur ne Feuerkugel. Ich glaub, den hatte ich schon, den Zauber. Ja, den hatte ich schon mal beim letzten Mal. So, Rolle der Serienfalle. Rolle der... Was? Rolle Andu... Andu... Dieses Schlüssel. Ah, okay. Teleport nach Flussheim. Allgemeiner Seelenstein. Achso, ich komm hier wahrscheinlich gar nicht mehr so raus, hm? Wollen wir mal den Arkanenverzauberer versuchen zu benutzen? Um einen Gegenstand zu verzaubern, müsst ihr den magischen Effekt kennen und einen gefüllten Seelenstein besitzen. Diese Seele groß genug ist. Magische Effekte lernt ihr kennen, indem ihr Gegenstände zerstört, die den Effekt benutzen. Oh, okay. Also ich könnte jetzt hier irgendwas kaputt machen. Erhöhte Ausdauer 10 Punkte. Verbessert eure Schwertrüstung. Fähigkeit 7 Punkte. Elementar Zauber kosten 10% weniger Mana. Und solche Sachen. Einhandangriffe von so 7% mit... Weißt du was? Wir können das ja mal kaputt machen. Einhandangriffe verursachen 11% mehr Schaden. Das ist jetzt irgendwie mehr als vorher. Naja. Ähm. Lichtmagie benötigt 7% weniger Mana. Könnte ich theoretisch auch mal nehmen. Wieviel ist das im Endeffekt? 10%. Das ist glaube ich, wenn ich dann den starken Stein... Äh, ja, habe. So, wir haben ja was an. Ich glaube, wir haben das Kettenhemd an. So. Wenn ich da jetzt die Lichtmagie drauf anwende. Zauber der Lichtmagie benötigt 3% weniger Mana. So. Armseliger Seelenstein, allgemeiner Seelenstein. 3%. 1%. 1%. Also die 3% sind auf den allgemeinen Seelenstein. Huch. Absorbiert 4 Punkte Ausdauer. Das kann ich eigentlich auch mal... Zerhacken, das Teil. Erhöht die Ausdauer 10. Eure Rüstung. Eigentlich finde ich die Sachen jetzt nicht so wichtig. Also ich kann sie ruhig kaputt machen. Um die Zauber zu lernen. Aber hier Elementar Zauber kosten 10% weniger Mana. Das finde ich jetzt nicht so gut, wenn ich das gleich kaputt mache. Weißt du was? Wir verlassen das dabei. Ich verzaubere noch nicht gleich irgendwas. Weil es bringt leider noch nicht so viel. Weil ich halt in der Sache noch nicht so gut bin. Was? Mit Jirus Wurf... Ach so, da komme ich raus. Okay. Dann wollen wir aber mal... Warte... Weiter latschen. Dann gehen wir am besten mal hier hin. Und den werden wir mal versuchen so zu treffen. Der ist mal ein bisschen tot. Was ist das da hinten? Ähm... Was ist das? Alter, diese Geräusche! Was um alles in der Welt ist das? So wie es aussieht, schmeißt der Gegenstände in mir her. Das könnte meinen Tod bedeuten, wenn ich gegen den kämpfe. Das ist interessant. Und da ist auch ganz viel von dem... Wie riesig ist das hier wieder ist. Das Rad des Todes. Wow! Das sieht ja Hammer aus hier. Die Frage ist ja... Ich will jetzt nochmal abspeichern. So. Wie gut ist der? Gegen Feuer! Oh oh! Hilfe! Los! Stopp! Los! Was? Der hängt ja. Sieht ein bisschen komisch aus. Sollte der so sterben? Es ging eigentlich, ne? Blick des Vielgereisten. 3% bessere Händlerpreise. Einhandangriffe verursachen 4% mehr Schaden. Erhöhte Aus... Wow! Voll gut! 26 Groschen. Was habe ich hier noch gefunden? Griff des Rattenfängers. Blockt 4% mehr Schaden. Mit einem Schild. Ausdauer regeneriert sich 10% schneller. Wow! Knochenmehl. Dann haben wir hier noch den Nimbus des rätselhaften Nomaden. Mana regeneriert 4% schneller. Her damit. Stab von Zuthera. Blitze. Die 5 Punkte. Blitzschaden und halb so viel Mana-Schaden pro Sekunde verursachen. Uiuiui. Ich trage zu viel. Und dann haben wir jetzt noch den Schlüssel. Okay. Was kann ich denn hier mal wegschmeißen? Oh je. Hier zum Beispiel die. Äh. Die Stiefel. Ein Eisenhanisch reicht ja wohl. Wir haben aber... Wir haben es gegen den geschafft. So schwer war er jetzt eigentlich nicht, ne? Es war machbar. Sagen wir es mal so. Hier sind ein paar Leichen. Hier kriegen wir wieder Menschenfleisch. Menschenherz. Menschenfleisch. Oh Mann. Das ist hier wirklich ganz schön tot. Ich weiß nicht, ob die hier alle hergekommen sind und haben gegen den verloren. Könnte ich mir schon fast vorstellen. Das sieht echt gespenstisch aus hier. Richtig mystisch. Überall tote Menschen. Ob hier wohl noch irgendwas liegt? Weißt du, das wirkt so ein bisschen wie so ein Stargate irgendwie. Dieses Ding da. Da ist ne Truhe. Ich wusste doch, irgendwo steht noch was. Massive Truhe. Gift des Leidens. Dann eine Ketten. Brauch ich nicht. Ein makelloser Granatstein nehme ich mit. Rolle des Eisfalls. Ein Eisbolzen der 16 Punkte Ausdauer und Frostschaden versachte. Boah. Voll gut. Ist da noch was? Was ich nicht sehe. Höh. Wieder hoch. Höh. Okay. Hier scheint es nichts mehr zu geben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Dungeon hier. Wow. Allererste Sahne. Da ist wieder das Ding. Ach, das ist ein Gesicht ist das. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man den Brunnen runterspringen muss. Das fand ich jetzt wirklich sehr gut. Und der ist leider nicht richtig zerfallen. Aber naja, ist nicht so schlimm. Da kann ich drüber hinwegsehen. So, jetzt wollen wir mal gucken, was da in dieser Truhe ist. Ob sich das gelohnt hat. Und kann ich das hier vielleicht bewegen? Nö. Ich hoffe, du kommst jetzt da nicht raus. Wow. Kristallmünz. 30 Stück kriege ich davon. Das war voll super. Eisenpfeile, Eisenbahnen, Granatstein, kleiner Seelenstein, Stahlbahnen. Aber so richtig tolle Sachen waren da jetzt nicht drin. Kann es vielleicht sein, dass das der ist und das war sein Geist? Der da hinten war? Das könnte gut möglich sein. Ich gehe unter wie ein Stein. Nach Sonnenküste? Wo komme ich denn da raus? Hä? Ich bin echt jetzt gespannt, wo ich rauskomme. Hä? Ne. Wie genial. Oh. Ich treibe irgendwie. Da bin ich reingegangen. Und hier komme ich raus. Wie cool. Moment. Na gut. Wir sind wahrscheinlich ein ganzes Stück nach oben geschwommen. Weil so tief, wie wir unten in der Erde waren, können wir niemals da rauskommen. Na, wir sind da runtergegangen. Und dann ging es immer weiter in die Tiefe. Und wir gingen ja nicht irgendwie mal an einer Stelle wieder hoch. Und dann sind wir ja noch den Brunnen runtergesprungen. Also ich will nicht wissen, wie tief wir da unten waren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mega gut dieses Dungeon hier. Kann ich jedem empfehlen. Das hat richtig Spaß gemacht, da runter zu gehen. Also. Das hat sich echt gelohnt, hier mal vorbeizuschauen. Und das hier scheint noch eins zu sein. Ich will mal eben gerade gucken. Da war gerade eine Libelle. Gibt es denn hier unter Wasser irgendwas zu sehen? Das wäre ja jetzt echt Zufall. Wir gehen einfach mal hier hoch. Weil da oben ist nämlich noch eine Tür. Eispranke. Aber ich glaube, zu dieser Tür komme ich nicht, oder? Nö. Da werde ich nicht hinkommen. Hm. Ich kann es ja noch mal von hier probieren. Boah! Okay, oder auch nicht. Äh, Flambus? Nein, Moment, 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 Moment. Kettenblitz, bitte. So. Wo ist denn jetzt alles hingeflogen? Man sieht die so schlecht im... Im... Nix, wollte ich schon sagen. Hier im Gras. Ach so. Ne. Es waren Pilze. Hm. Ganz im Ernst, ich finde sie nicht. Okay, da komme ich nicht hoch. Das... Das kann ich vergessen. Das macht aber nichts. Wo geht es denn hier hin? Da sind auf jeden Fall ein paar Skelette hinter. Und da muss ich Experte sein, um diese Tür aufzukriegen. Aber dafür reichen meine Fähigkeiten noch nicht. Was man hier alles entdecken kann. Ist ja unglaublich. Jetzt ist natürlich hier dunkel. Wie sonst was. Ich will mal eben gerade wissen. Hoch. Ähm. 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 Weltkarte. Da geht es irgendwo hin. Hier hoch. Irgendwo. Das muss ich mir irgendwie merken. Dass hier noch was war. Weil hier kommt man nämlich wahrscheinlich noch hin. Aber da müssen wir erstmal... ein wenig die Diebes... Sachen lernen. Oder ich zauber das auf. Aber das... Ich behalte mir das lieber... etwas vor. Diese Zauberrolle. Falls wir sie doch irgendwie brauchen sollten. In der nächsten Zeit. Ich möchte sie ungerne schon verbraten. Von wo bin ich eigentlich gekommen? Von hier muss ich gekommen sein. Ich gehe einfach mal hier lang. Ist das da ein Bienenstock? Deswegen sind ja vorhin so viele Bienen rumgeflogen. Weil hier oben im Bienenstock ist. Was ich mal eben gerade essen möchte. Ist Eis. So. Zwei Stück. Haben wir das wiederum einge... erhöht. Und wir haben auch ein bisschen Leben bekommen. Das war eine wahnsinnig gute Idee. Mal so ein bisschen abzubiegen. Aber jetzt möchte ich gerne nach Flussheim. Irgendwie muss ich jetzt hier runter. Ich äh... Ah hier geht's runter. Also das Dungeon... Muss ich ganz ehrlich sagen... Das war echt seine Reise wert. Wir waren da ziemlich lange drin. Und ich glaube es hat euch auch gefallen. Wie mir. Hoffe ich zumindest. Ich werde es ja in den Kommentaren sehen. Hoffe ich. So. Was haben wir denn hier? Ach ja stimmt. Die Tote liegt hier immer noch. Die Arme. Da war das Grab. Da liegt ein Skelett. Oh. Ich hab so viele Schwerter. Ich kann erstmal welche verkaufen. Ach ja stimmt. Hier waren die Wölfe. Die uns überfallen haben. Es war ja echt genug Action hier auf diesem Weg. Und hier gibt's auch noch ne Miene wo ich noch rein könnte. Ne da geh ich jetzt aber nicht rein. Wir müssen jetzt erstmal... Ich dachte da wär was gewesen. Wir müssen jetzt erstmal nach Flussheim und unser Inventar mal leeren. Müssen erstmal ne ganze Menge verkaufen. Da ist noch was. Ein Kreis. Ne da geh ich jetzt nicht hin. Der Fuchs. Den lassen wir mal. Wie wichtiger ist das dass hier Banditen sind. Okay. Gegen Diebe hilft das nicht so wirklich. Da ist Feuer tatsächlich besser. Oh. Shit. Die ist voll ausgewichen. Moment. Wir werden mal kurz auf die Eisenkriegsachse wechseln. Nein. Die falsche Axt. Bist du denn irre? Wo sie? Toll. Voll daneben. Los. Geh. Sterben. Was ist das denn für ein Geräusch? Yeah. Voll in die... Also voll den Kehlkopf reingeschlagen. Boah ey. Ein paar Münzen. Ich glaub den Rest den lasse ich hier. Weil ich kann nix mitnehmen. Aber wie die die einfach den... Den Fuchs umgebracht hat. Weißt du? Dem Fuchs müssen wir eigentlich danken dafür. Dass er uns geholfen hat. Aber... Er ist leider tot. Eine Schweigeminute. Nein. Ähm. Ist ja unglaublich. Aber wir wissen jetzt. Gegen menschliche Wesen ist tatsächlich Feuer. Am tödlichsten. Und gegen die Untoten. Komischerweise die Blitze. Wobei ob das so komisch ist weiß ich nicht. Oh da ist ja... Was? Fischeier. Her damit. Kleine Perle. Mehl. Was? Das war doch kein Mehl. Seit wann ist das Mehl rot? Nebelschwamm. Zwei Stück Salz. Stech... Palmbäre. Zeit mehr. Ich musste gerade... Überlegen. Wenn ich eine gewisse Zeit aufnehme. Dann werde ich ein bisschen randösig. Ich merke das schon wieder. Kürbis. So. Wollen wir mal einen Kürbis essen. Ich glaube aber ich muss ihn noch mal... Ich muss noch einen essen. So. Dann dürfte ich auch fast wieder voll aufgehehlt sein. Da gibt es auch irgendwas zu sehen. Was man hier alles entdecken kann. Oh. Da guckt mich mal wieder ein Fuchs an. Und da scheinen wieder irgendwo Wölfe zu sein. Wir gehen aber einfach mal... So als hätten wir sie nicht gehört. Und da ist sogar ein Lager. Und da steht auch jemand. Da wollen wir aber auch nicht stören. Oh. Da kam einfach gerade mal Hoppelhase Hans entgegen gehüppelt. Und da oben... Gibt es wieder was zu mitnehmen. Warum sind diese Pflanzen hier so weit oben angelegt? Her mit dem Winnwurz. Komm her. Äh. Ich hänge. Oh. Geht doch. Winnwurz. Warnapilze. Ich bin ja mal gespannt. Wann wir Ambrosia selber herstellen können. Natürlich. Warum auch nicht. Ich hab mich doch verteidigt. Verdammt. Oh. Gut. Das war auch mal wieder eine kleine Kampfanimation. So. Wir haben es aber überlebt. Das ist ja schon mal das Gute. So. Glühwürmchen. Ein Schmetterling. So. Dann haben wir das auch. Und hier... Ich höre doch hier schon wieder so ein Winnwurz. Moment. Ich muss mal kurz meinen Instinkten... ...nachgehen. Da ist ja ein Grab. Ich muss da gleich mal gucken. Da. Oh. Quarz. Her damit. Hier haben sie einen aufgehängt. Ich will mal kurz die Fackel anmachen. Tja. Der Ärmste. Aber so wie es aussieht... ...ist denn der eigentlich... ...den kann ich noch nicht mal bewegen. Ich kann da nur durchlaufen. Aber ich hab hier hinten was gefunden. Und gesehen... ...dass hier ein Grab ist. Natürlich höre ich wieder Wölfe. Was auch sonst? Man darf sich hier keine 5 Meter bewegen. Es könnte gut möglich sein... ...dass der... ...der da vorne hängt... ...hier begraben wurde. Und irgendwer denkt noch an ihn. Sonst würden die Kerzen nicht noch brennen. Wollen wir mal gucken was es da gibt. Ähm. Was? Die Animation war gerade kaputt. Uiuiui. Was haben wir denn hier? Bronzeanhänger. Der Konstitution. Festigt eure Lebensenergie um 10 Punkte. Boah. Her damit. Drei Groschen. Kelch? Der Kelch sieht hochwertig aus. Ich weiß nicht ob das der ist... ...den ich in den Brunnen werfen muss. Lehrlingsbuch. Leichte Rüstung. Lehrlingsbuch. Rhetorik. Und Schädel. Will ich nicht. Weil die Lehrlingsbücher gleich erstmal... ...mich aufsaugen. Leichte Rüstung. 1 auf 16 erhöht. Und das auch nochmal von 1 auf 60. Äh. 60. Natürlich. Hätten wir das Spiel schon fast durchgespielt. Wenn wir das jetzt auf 60 hätten. Ach. Dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam. Machen wir mal weiter in Richtung Flussheim gehen. Das. Hier werden bestimmt gleich wieder Wölfe irgendwo... ...von den Seiten... ...kommen. Was ist da am Fass? Move Eisen. Vielleicht... Wacht, weißt du was? Ich nehm's mal mit. Vielleicht bringt's mir ja Glück, aber es ist zu schwer. Mh. Bringt mir also kein Glück. Weg damit. Ich darf eigentlich nix mehr aufsammeln, aber... ...man kennt mich ja. Ich sammle viel zu viel. Was haben wir da? Da ist... ...da ist auch wieder ein Bergwerk. Da waren wir, glaube ich, beim letzten Mal auch drin. Und jetzt ist es nicht mehr weit bis nach Flussheim. Und dann werde ich jetzt erstmal einen Händler suchen. Ganz egal, ob jetzt rechts und links irgendwas ist, was ich mitnehmen könnte. Was? 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 Nein! 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 Warum? Warum kackst du jetzt ab, Skyrim? Äh, also, also Enderall. Na gut, da... Ach, du Scheiße, das kackt jetzt tatsächlich einfach ab. Naja, was bin ich froh, dass ich immer so viel auf Speichern drücke, aber das war jetzt irgendwie blöd. Naja, gut, wir haben jetzt fast zwei Stunden aufgenommen. Ich denke mal, das wird's jetzt für diese Aufnahme-Session auch gewesen sein. Ähm, ich bin jetzt voll auf dem Desktop. Super! Danke, Enderall, dass du jetzt im richtigen Moment abstürzt. Also, ich werde, bis zu diesem Punkt werde ich wieder gehen. Und dann machen wir beim nächsten Mal an dieser Stelle weiter. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme-Session wieder. Macht es gut, bis bald! Und bevor ich jetzt Tschüss sage, muss ich einfach nur noch mal sagen, dieses Dungeon vorhin, ne? Wow! Es war einfach so toll, vor allen Dingen hier mit diesem Rad. Also, erstmal da ganz oben, bevor wir halt den Brunnen runtergesprungen sind, dass wir da schon mal so einen kleinen Schrein hatten, den man anbeten konnte, weil da ja ein Skelett hing. Und dann unten, ähm, dieses Riesenrad, wo dann halt der, äh, ich hab jetzt den Namen leider vergessen, ähm, wo dieser Geist halt war von dem einen, den wir ja vernichten mussten, damit wir den Schlüssel bekommen. Ich fand jedenfalls diese ganze Atmosphäre da unten und dieses ganze Design wunderschön und das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Also, da kann man echt nur den Hut vorziehen, was die da, äh, entwickelt haben und, äh, gebaut haben. Gut, ich will jetzt nicht lange reden, also bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Tschüss! Gut, ich will jetzt nicht lange reden, also bis zum nächsten Mal.